Weiterlesen. Unser Buch der Woche Nummer 4. Heute geht es um ein Buch von David Reif, Tod einer Untröstlichen, bei Hansa erschienen. Man sieht schon auf dem Titelbild, um wen es geht. David Reif ist das einzige Kind der berühmten Schriftstellerin und Essayistin Susan Sonntag, die 2004 starb. Und Kind ist gut. Er ist auch schon 56. Sie hat ihn sehr jung, mit 19 Jahren, bekommen. Er ist Journalist. Er hat ihre Intelligenz und ihren gewaltigen Haarschopf geerbt. Und er hatte ein sehr enges Verhältnis zu dieser so besonderen Mutter, obwohl sie ihn und den Vater verlassen hat, als das Kind erst fünf Jahre alt war. Sie wollte einfach ein ganz anderes, wildes Leben führen. Sie haben sich aber immer sehr gut verstanden. David Reif arbeitet gerade daran, den gewaltigen Nachlass und die Tagebücher von Susan Sonntag herauszugeben. Und jetzt hat er erst mal ein kleines, persönliches Buch geschrieben über ihr Sterben. Tod einer Untröstlichen, die letzten Tage von Susan Sonntag, beschrieben von ihrem Sohn. Und das ist alles andere als ein voyeuristischer Einblick in Intimes. Da ist nichts peinlich und nichts undezent. Da sitzt einfach ein kluger Mann, nicht unbedingt der Sohn, am Bett einer klugen Frau, nicht unbedingt die Mutter, am Sterbebett. Und er sieht, wie verzweifelt, wie ungläubig und wie ungeduldig und untröstlich sie sich dagegen wehrt, dass es wirklich vorbei sein soll mit dem Leben. Susan Sonntag hatte vorher schon zweimal Krebs, 1975 und 1998. Beide Male von den Ärzten als unheilbar und sehr schwer diagnostiziert. Und sie hat das einfach nicht akzeptiert. Sie hat gesagt, ich will leben, das interessiert mich nicht. Sie hat sich grauenhaften Operationen unterzogen und ganz starken Chemotherapien, die in den 70er Jahren noch gar nicht so ausgereift waren. Sie hatte einen unbändigen Lebenswillen und sie hat das Undenkbare zweimal geschafft. Sie hat zweimal den Krebs überlebt und nicht nur einen, also wirklich einen Krebs, den man eigentlich nicht hätte überleben können. Und beim dritten Mal, 2004, da war sie über 70, hat sie gesagt, ich bin was Besonderes, ich werde es auch jetzt schaffen. Aber sie hatte eine besonders bösartige Form von Leukämie und nochmal, ging das einfach nicht. Sie musste loslassen. Und der Sohn beschreibt jetzt ihre Hoffnung, es doch nochmal zu schaffen. Da lag sie nun diese im Alter immer noch wunderschöne, gescheite Intellektuelle, die das Leben von Amerika, das intellektuelle Leben über so viele Jahrzehnte beeinflusst hat. Und seine Aufgabe war es, sie in der Hoffnung zu bestärken, du schaffst das auch nochmal. Es gäbe noch ein Medikament, noch eine neue Therapie, noch eine bessere Spezialklinik und heute rückwirkend in diesem Buch wirft er sich das vor und sagt, ich habe sie die ganze Zeit belogen. Darf man sowas eigentlich tun? Er fragt sich, ob das falsch war, aber er sagt, was hätte ich denn machen sollen? Sie wollte an die Möglichkeit des Sterbens einfach nicht glauben. Das Buch ist unendlich feinfühlig, es ist immer diskret und es ist auch ein Buch über den Umgang mit Schwerkranken und mit Sterbenden. Da tun wir uns ja schwer. Aber vor allem geht es um den Tod von Susan Sonntag. Ein Erinnerungsbuch eben an seine Mutter, der er Lügen erzählen musste, weil sie die Wahrheit nicht hören wollte. Er schreibt, ich selbst wünsche mir ein anderes Sterben. Ich wünsche mir, dass ich begreife, dass ich sterben muss, dass es leichter geht, dass ich loslassen kann. Aber die lebenshungrige Susan Sonntag konnte das nicht. Sie hat sich aufgebäumt mit entsetzlichen Qualen. Sie empfand den Tod als Fehler im Ablauf des Lebens und sie vertraute total auf die Medizin, die eines Tages diesen Fehler würde berichtigen können. Und den Tag wollte sie noch erleben, aber sie hat es nicht geschafft. Sie kam aus kleinbürgerlichen, provinziellen Verhältnissen, aus denen sie sehr früh schon ausgebrochen ist. Sie hat gesagt, die kriegen mich nicht und die kriegen mich auch nicht klein. Mit dieser Kraft ist sie zur führenden intellektuellen Amerikas aufgestiegen und mit dieser Kraft begegnet sie auch dem Tod. Ihr Sohn ist viel grüblerischer, viel demütiger als sie auch. Er hat ein fantastisches Buch geschrieben über das Sterben dieser Frau und er zitiert einmal ein jüdisches Sprichwort. Es gibt nicht nur die Pflicht, dem anderen alles zu sagen, was er verkraften kann, sondern auch die Pflicht, das nicht zu sagen, was er nicht verkraften kann. Und er sagt Susan, Sonntag hätte die Wahrheit, du musst sterben, nicht verkraftet. Sie wäre daran wahnsinnig geworden. Also hat man sie mit Lügen am Leben gehalten, bis es wirklich zu spät war. In ihren Tagebüchern findet sich eine Eintragung. Im Tal des Jammers breite deine Flügel aus. Das, sagt David Reif, ist letztlich das Beste, was sich über Sterblichkeit sagen lässt. Schöner Satz. Im Tal des Jammers breite deine Flügel aus. Leben Sie wohl in diesem Tal des Jammers. Lesen Sie wohl bis zur nächsten Woche. Das Buch der Woche liegt schon in diesem Stäppelchen.